Das Hollywood-Sternchen Kim Kardashian ist die Selfie-Queen schlechthin. Bei der 36-Jährigen wird ganz penibel auf jeden Winkel und die perfekte Pose geachtet, um makellose und glamouröse Bilder zu posten. Hinter jedem Schnappschuss steckt eine Menge Arbeit und viel Photoshop, gerade wenn es um die Kehrseite des It-Girls geht. Doch im Mexiko-Urlaub zeigt sich die zweifache Mutter, wie Gott sie schuf. Am Strand trägt sie einen knappen Bikini, der den Blick auf all ihre Rundungen freilegt. Und dabei fällt ihr Po besonders auf. Bei dem Anblick werden viele Frauen aufatmen, denn so makellos scheint Kim gar nicht zu sein. Das Starlet leidet, genau wie Millionen anderer Frauen, an Zellulite. Und zumindest im Urlaub steht die Frau von Kanye West zu ihrem Körper. Das Starlet leidet, genau wie Millionen Frauen, an Zellulite. Das Starlet leidet, genau wie Millionen Frauen, an Zellulite. Das Starlet leidet, genau wie Millionen Frauen, an Zellulite. Das Starlet leidet, genau wie Millionen Frauen, an Zellulite. Das Starlet leidet, genau wie Millionen Frauen, an Zellulite. Vielen Dank.